Und damit willkommen zurück zu einer zweiten Runde von Pioneers of Pagonia im Early Access. Ab morgen könnt ihr selber spielen, aber ich dachte ich gucke selber nochmal rein. Ich möchte noch eine von den Maps machen und dann möchte ich mal eine von den Zufallsmaps ausprobieren. Äh, vordefinierte Karten. Wir hatten gefährliche Hügel beim letzten Mal. Äh, dann nehmen wir dieses Mal Verborgene Gefahren. Das klingt schon sehr ominös, ohne die Einstiegsaufgaben. So, was haben wir hier? Stein. Kohle. Eisen. Okay. Und jede Menge Wald. Das sieht sehr gut aus. So, wir zoomen direkt noch ein bisschen raus. So. Dann, wir brauchen auf jeden Fall hier ein Wachturm. Hier ein Wachturm. Macht es, glaube ich, Sinn, wenn ich direkt einen Förster mit dazu setze. So, dann. Sägewerk natürlich. Du konzentrierst dich hier auf die Bäume. Und wir brauchen natürlich Steinbrüche und Steinmetze. Dann können wir nämlich hier auch ein paar Lager unterbringen. so, hier genau. Hier genauso. Ähm, aber wahrscheinlich erst, wenn der Baum da weg ist. So, das Gildenhaus benötigen wir. Holzwerkstatt und wo ist das, wo ist der Erkundungsposten? Hier. Let's go. Entschede. Und Assassin, lähe. Das Gildenhaus, Was hat doch den Wie ist das Militär in dem Game? Das Militär ist halt da So hast du halt immer noch Diese indirekte Steuerung Mit der muss man sich halt arrangieren Weil kämpfen halt nicht Also du kämpfst zur Verteidigung Aber du kämpfst halt nicht um Andere Siedlungen zu erobern Und deswegen ist es halt auch Total okay So du hast schon Du musst schon viel Der Kampf wird eigentlich mehr über deine Wirtschaft ausgetragen Weil du dir halt teure Soldaten halt auch erst Leisten können musst Okay hier ist eine Küste Kupfervorkommen wurde entdeckt So Bretter, Balken Holzsperre Und das hier lassen wir mal frei Siegbedingungen Wir müssen uns mit allen Wir müssen alle Fraktionen auf der Karte finden Und wir müssen uns mit ihnen anfreunden Indem wir halt Aufgaben Erfüllen Kupfer, Kohle Sehr gut Wir brauchen halt früh eine Holzwerkstatt Und dementsprechend dann auch eine Militärakademie Wie wird das Gaming Chancen? Das wird ab morgen für 30 Euro im Early Access verfügbar sein Wie honest Ich weiß nicht Ob ich möchte Dass Mein Förster hier Was macht Bei meiner Erfahrung nach Ist es echt schwierig Wälder loszuwerden Ist das ein Problem mit deinen Einstellungen? Ne Ich hab das glaube ich irgendwann mal eingestellt Dass GameCapture den Auszeiger nicht mit aufnimmt Ist das ein Problem? Also ich kann mir vorstellen Das ist ein bisschen irritiert Wenn man den Auszeiger nicht nachverfolgen kann Aber ich finde es für die Aufnahme immer trotzdem Irgendwie ein bisschen cleaner Wenn der Auszeiger nicht zu sehen ist Also gerade wenn es der normale Windows Präsenz der normale Windows Auszeiger ist Moment Geht Pause? Ja Ich guck mal mal Ob ich das Im laufenden Ding ändern kann Capture Cursor So jetzt müsstet ihr ihn sehen Hi Pauli Willkommen zum Stream So Wir brauchen Speere Das Ding Wir wissen nicht Was sonst noch alles hier unterwegs ist Der Entdeckerposten erkundet Aber ich sehe auch keine Gefahren hier Das heißt wir wissen auch noch nicht Worauf wir uns einstellen müssen Baumaterial fehlt Nadelholzbalken Nadelholzbalken Nur weil du die Gefahr nicht siehst Das ist nicht dass die Gefahr dich nicht sieht Das stimmt Oh da ist auch direkt Kalkstein Das ist sehr gut Dann bauen wir direkt auch nochmal einen Steinbruch hier in die Ecke Und eine Steinmühle Kriegen wir die hier irgendwo reingequetscht? Was uns nicht stört? Ich glaube nicht 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 Noch sieht es sehr friedlich aus. So, dann wir brauchen eine Werkzeugschmiede eher früher als später und wir haben natürlich am besten auch neben das Gildenhaus. Wir deaktivieren die, ähm, den einen Förster. Ich mache das hier drüben. Und stimmt, der Förster will ja auch Wasser haben. Dann kann ich nämlich hier irgendwo ein Wohngebiet machen. Hier können wir später Eisen abbauen. Das können wir theoretisch sogar jetzt schon. Hier ist eine Siedlung. Auf jeden Fall sehe ich, der Fog of War ist noch da, aber wir haben laut Minikarte da eine Siedlung, wenn ich das richtig sehe. Wir haben nur einen Steinmetz, das hätte ich anders lösen müssen. Und ich glaube, daran scheitert es auch, an Bergstein. Das heißt, wir machen hier einmal Priorität. Wir haben hier noch eine Siedlung. Ja, wir haben hier noch eine Siedlung. Wir haben hier noch einen Siedlung, der sich in der Siedlung, der sich in der Siedlung befindet. So, alles hier. Gegnerisches Lager wurde entdeckt. Was haben wir, Banditen? Okay, okay. Das heißt, wir brauchen eine Garnison irgendwo. Um. Ja, gefällt das gerade nicht. Der Wald ist total im Weg. Der Wald muss weg. Der Wald ist total im Weg. Eine Stärkungsmahlzeiten. Der Wald ist total im Weg. Reserve für Minenarbeiter. Der Wald ist total im Weg. Der Wald ist total im Weg. Der Wald ist total im Weg. Es geht nicht anders. Der Wald ist total im Weg. Der Wald ist total im Weg. So, wir könnten theoretisch noch ein paar Planierer machen, aber ich glaube, daran scheitert es gerade nicht. Der Wald ist total im Weg. Der Wald ist total im Weg. Der Wald ist total im Weg. Die Wald ist total im Weg. Die Wald ist total im Weg. Das war's. Wow, das sieht schrecklich aus. Das ist so schön, das ist so schön. Wie viele? Sechs Werksteine, sechs Nadelholz. Okay. So, hier will ich eine Garnison haben. Okay, hier ist relativ safe. Also hier kann man eigentlich ganz gut Häuser bauen, glaube ich. Ich finde das nach wie vor nicht gut, dass man Scouts über das Gebäude da, also was man die da mit befehligt. Kein Personal anwesend. Ähm, warte, das ist ein Marktstand. Ich will keinen Marktstand bauen, ich will Lager bauen. Und Eisenbarren. Mensch, wir machen das so. Dann kann nämlich hier Platz bleiben. down. Das ist ein Marktstand. Und das ist ein Marktstand. Ufff! So, und die eine Getreidefarm macht nur Flax. Okay, hier sind entdeckt, sind auch Banditen, aber zum Glück bis jetzt noch nichts Schlimmeres. Das ist doch keine Getreidefarm mehr. Weiß, ich sag nicht, ob Flax ein Getreide ist. Mais ist auf jeden Fall eins. Das ist doch kein Getreidefarm, das ist doch kein Getreidefarm, das ist doch kein Getreidefarm. So, Moment, ne Dings hier, Sohnenbrunnen muss ja auch noch hier hin. Sohnenbrunnen. Die Wachstum hat jetzt ihre Sachen abgeschlossen. Wow. So, der Wachtturm wird nicht mehr benötigt. Du hast die Grenze eines margonischen Dorfs entdeckt. Kupfer, Kohle. Leinen ist kein Getreide, okay. Gut, vielleicht wird es ja noch ausgelagert. Aber sonst gäbe es ja keinen erneuerbaren Stoff. Deswegen mussten sie es wahrscheinlich da reinpacken. Bronzeschwerter, okay. So, wir bräuchten ein paar Waldläufer. Damit wir die Diebe enttarnen können. So, wo ist das Camp? Hier. Würde sie hier hinpacken. Einfach damit unsere Soldaten einigermaßen zentral liegen. So, ich denke, der Holzfäller wird nicht mehr so viel bringen. Gibt es auf der anderen Seite Bäume? Nicht viel. Weil ich will sie trotzdem weg haben. Die Natur soll weichen. So, wir brauchen auch noch Soldaten. Wir drei sind in der Regel Süßgräser und Leinen ist was anderes. Ja, ich kenne mich damit nicht aus. Ich weiß nur, dass Mais und Reis halt auch, ne? Also, ich glaube, hier denkt man normalerweise da nicht an Getreide. Aber es ist ja auch Getreide. Wartet auf eingehende Bestärkungsmahlzeiten. Und zwar, ne, nicht Zutaten. Angegriffen. Noch scheint aber alles gut zu sein. Rationen zählen, aber nicht. Kann ich? Kann ich Mahlzeiten nicht einlagern? Verderben die etwa in einem... So einem Teil, okay. Ah, und wir haben auch... Uns fehlt noch... Äh... Holzerne Zahnräder. Kein Kühlschrank. Scheinbar nicht. Welche nichts? Wie geht's los? so wir machen hier mal frei ich würde mal sagen hier ist zu wenig wird zu wenig gefaustet warte wir machen hier auch noch mal platz den preis wirst du schön bauen gibt es aber nicht wieso doch und ist doch wunderschön ja was steht es mit leute es ist gemein wo ist die militärakademie abenteurer gilde so wir brauchen definitiv noch eine holzwerkstatt die natürlich nicht mehr reinpasst es wäre ja auch zu leicht wenn es so wäre so 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 wir brauchen hier noch ein haus so es gibt zwei fraktionen weißenfels und purportal schauen wir uns doch mal an was wir so haben so was wollen die jeweils von uns das ist die frage so wie die kästen in dem man doch nichts machen kann ja gut das liegt hier am boden so hier drüben gibt es silber sollte man sich vielleicht sichern für münzen sammelbare pflanzen wurden entdeckt wie schön so so hier ein mangel an lebensmitteln gibt es scheinbar nicht so so hier hier so wir haben fünf soldaten hier wir haben ein paar soldaten hier und uns fehlen noch die waldläufer aber fackeln haben wir wir brauchen noch die äh dings ne die genau die leichten rüstungen dann mach dauerproduktion und du wenn du mach mal seile voll aber ansonsten brauchen wir auch nur stoff so wir verstärken da mal die truppe ähm was kosten uns die holzschild und eisenschwerter könnten wir ein paar stärkere soldaten machen und hydrieren das ist eine gute idee so wir sollen den ort hier versorgen 32 brot und 10 spitzhacken und hier ein kürbisse ich finde es ein bisschen weird dass die sachen die man erreichen soll oft so weit weg von den siedlungen sind also gerade das hier ist ja ewig weit weg so haben wir hier irgendwo silber was man verarbeiten könnte da drüben ist mir aber eigentlich gesagt zu weit weg und hier war hier nicht aber war hier nicht aber war hier nicht vorhin auch noch ein Dings Banditencamp ist blöd war hier nicht auch eins gewesen ich finde es irgendwie schwieriger die Map im Auge zu behalten das war doch nicht nur hier drüben ich meine soll mir recht sein so so Münzprägerei die macht keine Kupfermünze sondern Silbermünzen und dann machen wir eine Schatzkammer komm hier drüben können wir auch sonst nichts sinnvolles hinbauen so Baustellencamp ich muss mir auch noch irgendwo unterbringen in der Holzwerkstatt fehlt Personal was brauchen die denn oh warte wir sehen ja im Gildenhaus was bedeutet Hammer und Säge nicht kann die KI nein die Gesiedlungen sind hier komplett passiv die expandieren nicht die sind wirklich nur dazu da dass du sie vereinen kannst so wir machen jetzt die Holzsperre mal weg dafür setzen wir die Holzschilde auf Dauerproduktion ich glaube mit Kettenrüstung und Eisenschildern haben wir den dreifachen Eisenpreis für die Veteranen Soldaten der muss ja dann auch dreimal so gut sein eigentlich und ich bezweifle dass das sein wird und Eisen ist mir doch ein bisschen zu rar auf dieser Karte Diebe wo sind hier Diebe ja gut wir haben immer noch keinen einzigen von den Waldläufern doch hier haben wir welche die sind bis hier rein das finde ich so schlimm also hier habe ich ja den einzigen Zugang abgeblockt ähm war hier nicht vorhin Banditenlager? hatten die das weggemacht? machen meine Soldaten Banditenlager weg ohne dass ich sie dahin schicke? ich meine es sollen wir recht sein wenn die so überkompetent sind das sah beim letzten mal nämlich ziemlich anders aus das ist zu wenig Grenzsteine wie kommt das denn? So, ich will sehen, wie die Münzen geträgt werden. Ich verstehe noch nicht ganz, warum jedes Gebäude drei Mitarbeiter haben muss. Also, Bro, pass auf deine Hand auf. Er steht auch nur dekorativ rum. Das ist ein Arbeitsschritt, den könnten zwei Leute theoretisch problemlos machen. Oder müssten zwei Leute theoretisch problemlos machen können. So, in der Abenteuergilde ist alles fertig. So, wir bräuchten noch eine Weberei und dann brauchen wir auch viel mehr Flachs. Vielleicht haben wir noch das Lagerboden entdeckt. Okay. So, bei Nahrung, also, wenn es noch komplexer wird, ganz ehrlich, wir werden viel mehr Platz brauchen im fertigen Spiel. Weil, wenn dann auch noch wirklich Nahrung ein Riesending wird. Ich meine, jetzt brauchen wir auch noch keinen, äh, keine Planierung verfügbar. Äh, jetzt brauchen wir auch noch keinen Wohnraum theoretisch. Bis auf halt, um, um neue Siedler zu bekommen. Ähm, so, pass auf, Getreidefahnen wird da gebaut. Wir brauchen noch eine Weberei. Moment. Das ist keine Siedler, das ist Pioniere. Lass mich sie doch Siedler nennen. Äh, das, ich, finde es so seltsam. Man sieht die, man sieht die Bäume halt irgendwie nie. Also, es gibt irgendwie nur zwei, wo die entweder sind, hast, kannst du, kannst du dich vor Bäumen nicht retten. Oder es ist einfach schlimm. Und es gibt keine Bäume. Aber du hast irgendwie trotzdem nie Holzmangel. Rechtlich relevanter Unterschied. Ja. So, machen wir mal ein paar von den guten Soldaten. Ja. So, pass auf. Fackeln. Und leichte Rüstung. Und hier sollen sie mal die Holzschilde mal einlagern. So, wir setzen mal den Punkt für die Patrouille. Aber wenn wir das Lager zerstören könnten, dann wäre das schon mal sehr gut. Boah, die Thüringen muss schließlich vollsteigen. Was? Lager zerstört. Super. Dann, ein Deckerposten. Beschaffet mir Informationen. Und die Frage ist, wie soll ich hier rüberkommen? So, was wir auch mal bauen könnten jetzt, wären Mühle und Bäckerei. Genau, mit Weizen liegt unsere eine Getreidefahne nämlich voll. So, wir bekommen hier langsam mal ein bisschen Silber hier hin. Schön. Okay, das sind tote Banditen. Fände ich das gut, dass, äh, dass hier Stuff ist, weil ich will nicht, dass die bei den NPCs landen. Wann wenn hier Silber ist? So, das heißt, wir brauchen mehr Spitzhacken. So, und für den Abschluss brauchen wir auch auf jeden Fall noch mehr Spitzhacken. So, wir bauen mal da einen Turm. Hier kommen wir ja nicht vorbei, also wir müssen den langen Weg rumgehen. Okay, wir sollen für Weißenfels einfach nur, dass wir das Gebiet erweitern, was wir sowieso tun müssen. Und wir müssen, wir wollen auch mehr Bauarbeiter. Okay. So, wir brauchen auch ein paar Rucksäcke. So, wir haben keinen Mangel mehr an Grenzsteinen. Die Weiberei hat immer noch zu wenig, äh, Dinger. Wir brauchen ein Messer. Ich finde es irgendwie ein bisschen schwierig zu sehen. Wie lange so ein Fertigungsvorgang dauert. Ähm, Moment. Wir brauchen später Brot. Wir können, glaube ich, nicht einstellen, dass die Taverne ist. Bin ich... Ah, okay. Jetzt wollen sie Silberdegen haben. Kann das die Waffenschmiede erledigen? Weil dann könnten wir uns mit, äh, mit ihm hier vereinen. Das wäre ganz gut. Äh, Moment. So, wo ist der Proviantmacher, den ich irgendwann mal gebaut haben sollte? So, du machst bitte nicht aus Brot. Okay. So, dann machen wir nämlich hier nochmal eine Getreidefarm hin. Party, äh, ja, weil wir unser Gebiet erweitert hatten. Und deshalb sind wir jetzt, äh, wirklich Bros hier mit denen. So, wir müssen aber noch Sachen liefern. Wo ist die Waffenschmiede? Hier, hier, kannst, kann die Silberdegen herstellen? Ja. Wir brauchen 13 Stück. So, langsam haben wir auch einiges an Silbermünzen. Und dasuirn? Wir brauchen's nicht. Musik So, wir haben immer noch zu wenig Flachs, wenn ich das richtig sehe. Flachs wächst hier nicht gut. Okay, das ist alles richtig schlimm. Das sieht man aber auch nur hier irgendwo in der Ecke. Wo soll denn Flachs gut wachsen? Musik Flachs ist laut dem hier überall schlecht oder sehr schlecht? Was für Boden will Flachs denn haben? Musik So, wir brauchen Minenarbeiter und Farmer. Musik Und ich, wenn das so weitergeht, machen wir wirklich eine weitere Werkzeugschmiede. Das Ding ist, die teilen sich ihre Aufträge ja nicht automatisch. Musik Musik So, Weißen wird es bereit, uns Silberbarren zu geben. Ähm, warum sind hier Banditen? Wo kommen die her? Durch Schämen, jetzt sind ja auch noch Schämen, Leute, das geht nicht. So, aber wo kommen die her? Hier ist noch ein Banditen... Ne, das ist die Grabstätte. Wo kommen diese Banditen her? Jetzt mal ganz ehrlich. Da muss ich halt auch eine Garnison hinsetzen, aber... Das ist eigentlich nicht die Idee gewesen. So, muss ich mich hiermit überhaupt befassen? Kann ich nicht im Prinzip auch einfach das hier sein lassen? Weil wenn die sich eh gleich mit mir vereinen, dann muss ich ja sowieso gar nicht hier durch. So, dann können uns die Schämen egal sein. Dann sind die Schämen halt Schämen. So, unsere Werkzeugschmiede kommt echt nicht hinterher. Aber die Samy stört, dass die nicht automatisch ihre... ihre Aufträge teilen können. So, wie geht es? Ich werde dich darauf achten. Oh, meinst du da. Hinsel만, ich werde dich immer wiederholen. Abonniert hier! So, wir haben uns die Schämen. Ach, was du da? Wie geht es? Ach, was du da? Jetzt bin ich nicht. Wo werde ich angegriffen? Hier. Meine Waldläufer geben immer Gutverluste hin. Meine Waldläufer geben immer Gutverluste hin. So, die geben uns umsonst Eisen und umsonst Silber. Das können wir eigentlich gleich mal annehmen. Pass auf, wir können hier, wenn wir hier einen Weg durchmachen, dann kommen die von der Mönchsprägerei wesentlich schneller ich ans Ziel. So, wir haben genug Flax. So, wir müssten... Abenteuer-Gelder? Ja, 13 Silberdegen. Die Frage ist... Werden sie die selber, ähm... Werden sie die aus dem Tal rausholen? Pass auf, wir machen mal noch ein paar Silberdegen. Einfach so. Dann macht die Waffenschmiede ein paar Bronze-Schwerter. Wir brauchen ein paar... zusätzliche Handelsträger, aber das ist, glaube ich, okay, wenn es doch erstmal so läuft. So, die werden jetzt da rausgezogen, oder? Er zieht sie nicht von hier. Dann ist es gut, dass ich die Waffenschmiede nochmal gerade... halt, dass ich der gesagt habe, dass sie das machen soll. Und hier fehlen schon wieder Messer. So, alles erreichbare Territorium wurde eingenommen. Wo braucht ihr denn hier denn... Ecker? Äh? Ach, von hier, okay. Ja, okay, weil er die ganze Zeit... Ja, ich hab sie immer noch dahin gesteckt, wo die Schämen sind. Schneiderei wartet mal wieder auf Material. Wieso brauchen wir extra Handelsträger mit Rucksäcken, wenn sie die Sachen doch in der Hand tragen? Okay, wir müssen hier auf jeden Fall gucken, dass wir unsere Verteidigung aufstocken und dann die Schämen neutralisieren. Wieso habe ich Bronze-Schwert an Auftrag gegeben? Oh, ich bin an das, ich bin an das, ich bin an das. Okay. 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 So, gleich sind wir vereint. Und der noch. Und der noch. So, wir können uns mit der Fraktion vereinen und dann sind es unsere. Sehr, sehr nice. Was haben wir hier alles? So, hier ist eine Gebirgskette. Vor allem, die sind halt auch super, ne? Ja, könnt ihr bitte den Ort für uns versorgen? Nein, wir lassen euch nicht durch. So, aber jetzt kann ich nicht mehr mir die Sachen von ihnen schicken lassen, ne? Oder haben die, habe ich die Sachen jetzt automatisch geerbt? Ich hatte doch vorher bestimmt keine 80 Silberbarren, oder? Weil, das wäre praktisch, wenn ich die Sachen, die sie mir sonst geschenkt hätten, jetzt halt übernommen habe. Ja, sonst wäre es ja nicht optimal. Man arbeite ja ewig darauf hin. Und dann wäre es ja nicht optimal, sich dann auch mit ihnen zu vereinen, sondern man würde wollen, dass, äh, dass man sich nicht vereint. So. Der Förster kommt mal weg. Ähm, Decker-Posten. Finde mir mal bitte einen Weg hier lang. Okay. So, ein paar, äh, Draufgänger könnten wir brauchen. So, was hast du denn? Wir bauen hier nochmal eine Garnison. So viele Einheiten über den Weg gehen sehen, ohne dass dieser besser wird. Das ist irgendwie verstörend. Ja, stimmt. Ich finde es auch schade, dass, äh, dass es noch keine Steinstraßen oder so gibt. Aber die Frage ist auch, was machen die eigentlich? Also, was bringt es, Steinstraßen zu bauen? Also, außer, dass es schöner aussieht. So, wir können ein zweites, eine zweite Bäckerei bauen. Ist das Spiel ähnlich wie Siedler? Es ist vom Siedlermacher, also ja. Es ist praktisch Siedler 1, wenn es heute gemacht werden würde. Ich habe gerade mein Waffeleisen auseinandergebaut, weil da Teig reingelaufen war. Ich bin kein Experte für Waffeleisen, aber ich glaube, das sollte nicht passieren. Dass da Teig reinläuft. Ähm, so, Fokuspunkt. Warte, sind alle auch anwesend? Wir haben Draufgänge, wir haben fortgeschrittene Soldaten. Uns fehlen nur Waldläufer. Das ist doch nicht normal. Also, leichte Rüstungen sind wirklich ein Krampf zu produzieren. Und das ist ja auch anwesend. so wir benötigen mehr zangen brauchen bestimmt wieder gleich messer und noch mehr messer schaufeln sicheln so wir setzen mal einen fokuspunkt so ich würde ja meinen dass die draufgänger gut gegen die schämen sind weil sie sich nicht leicht verängstigen lassen so lager zerstört aber es sind doch schon zerstörte grabstätten wieso muss ich den noch mal zerstören so zerstört die endet die grabstätten tötet die schämen moment bei untoten ist ja der name programm dass sie tot sind aber nicht tot sind so das ergibt irgendwo sinn aber halt nicht eine zerstörte grabstätte zerstören so so wir können auch ein paar verstärkte rüstungen machen ich weiß nicht ob es uns was bringt weil magische fackeln können wir glaube ich nur mit edelsteinen machen die wir nicht bekommen können diebeslager okay ist aber ziemlich am rand das ist ja auch kein s3 s4 nachfolger es ist ein s1 nachfolger das ist kein kampf fokussiertes spiel jetzt mal ehrlich wo sind meine ganzen boys als ob die jetzt alle verreckt sind hier vorne so geht jetzt wenigstens noch die zwei meter hier nein vielleicht wird es auch wieder kommen wird besser ja gut aber ich sag mal so wir können halt nicht alles haben soll nicht pvp kommen ist im moment nicht geplant also es ist möglich aber im moment ist es keine priorität was soll ist ein koop modus was soll wie Untertitelung des ZDF, 2020 So, wie sieht's denn mit unserer Schatzkammer eigentlich aus? Wüsste halt gerne, wie viel Kampfkraft das jetzt gibt, dass das Teil voll ist. Ach, du Scheiße. Ich bin das nicht gewohnt, dass wir 16er-Stapel haben. Das sieht ein bisschen prekär aus. Das erinnert mich auf so eine Weise, in irgendeinem Raum von meiner Schule hat man irgendwelche Stühle so ähnlich gestapelt. Das sah auch nach einem modernen Kunstwerk aus, das kein Recht hatte, der Schwerkraft zu trotzen. Daran muss ich jetzt denken. So, wir müssen unsere Bauarbeiter noch erhöhen. Warum auch immer sich Purportal dafür interessiert. So, wir bauen hier ein Baustellencamp. So, wir sehen uns jetzt nicht so, wie ein Baustellencamp. So, wir wollen hier auch noch mal ein Baustellencamp. So, wir sehen uns jetzt nicht mal ein paar Haustellencamp. So, ich muss das so machen, wie unser Baustellencamp. So, wir sehen uns jetzt mal wieder. So, da kommen meine Boys. Also wenn die fortgeschrittenen Soldaten halt gegen den Dieb nicht gewinnen, das finde ich schon ein bisschen, also auch wenn es ein geschickter Dieb ist. So, wo ist die andere Wartenschmiede? So, und ihr macht den Fokuspunkt für die Einnahme bitte hier rüber. So, wir brauchen Kürbisse. Aber die können wir ja direkt hier vor Ort anbauen. So, wir brauchen Kürbisse. Maskierlicher Dieb hat was gestohlen. Wo denn? Wo kommt die denn her? Ich finde es erstaunlich, dass halt irgendwie, also dass die Diebescamps so meine Garnison haben eine begrenzte Reichweite. Ja, aber die Camps können anscheinend ihre Sachen quer über die ganze Map schicken. Und auch gerne mal dahin, wo du gerade eben keine Wachen hast. So, wir brauchen Kürbisse. So, kein Personal anwesend. Kürbisse. So, wir brauchen Kürbisse. Rekrutierter, wir gehen hier zur Garnison und bekommen da erst ihre Waffe? Hä? So, Fokuspunkt für die Einnahme ist hier. So, Fokuspunkt Okay, ich dachte schon, der baut was anderes als Flachs hier an. Das wäre nicht okay. So, die Arbeiter müssten ja mal jetzt auf dem Weg sein. Träger. Wo kommen diese Diebe her? So, da oben muss irgendwo ein Liebescamp sein. Ich habe Schwierigkeit schon für die Seite. Karte 5. Die hat keinen separatischen Stufen. Aber wir spielen danach noch eine Random Map. Ähm. Ja. Könnt ihr bitte das hier, ähm, das hier noch richtig machen, Leute? So, es ist immer noch kein Personal anwesend. Wieso ist kein Personal anwesend? Also es liegt nicht daran, dass hier... Hat das Gildenhaus noch eine begrenzte Reichweite? Ähm... Ich habe ein zweites Gildenhaus. Hier. Das ist wieder so ein Siedler 1, Siedler 2 Problem. Aber jetzt fühlt sich das Gildenhaus nicht angesprochen. Und dem hier fehlen die Sicheln. Frage ist, wenn ich jetzt Sicheln herstellen lasse... ... ... ... Gehen die dann hier hin? Nein, sieht aus, als würde sie da oben hingehen. Jo. Das ist aber auch wieder so etwas... Das ist so eine total unnötige Geschichte. Jetzt ist nämlich auch Personal auf dem Weg. ... Da ist mit den Marktständen. Kann der dann auch aus den Marktständen die Sache anfordern? Die Idee kann doch jetzt nicht sein, dass ich extra eine Produktionskette bauen muss. Da kann nur mit die Sachen dahinter getragen werden. Okay, es sind Brote auf dem Weg. Wir brauchen noch ein paar Träger und Papadamira und Semera. Okay. Okay. So, dann sind wir jetzt in den letzten Zügen. Jetzt mal ganz ehrlich, bauen sich neue Banditenlager? So, die finden mich jetzt ein bisschen toller. Aber die Kürbisfarm braucht noch eine Weile. Lass mich raten, das hier ist schrecklich für Kürbisse. Für Kürbisse ist es sogar ziemlich gut. Und ich habe es genau dahin gesetzt, wo das nicht gut ist. Und ich habe es genau dahin gesetzt. Das könnte sogar schon reichen, weil die Ernten jetzt doch ankommen. Super. Hier bringen sie es hin, aber das bringt uns nichts. Und ich habe es nicht. Wie gefällt dir das Gelb? Ich will mehr. Was mich ein bisschen stört ist, dass man die... Ne, okay, sie sind noch nicht da. Ich dachte schon, man sieht die Rohstoffe nicht, das Rohmaterial. Ich habe die Rohstoffe nicht da. Na komm, wo ist der letzte Stein und das letzte Brett? Wo sind jetzt denn zwei Kürbisse? Jetzt fängt er auch an, Sachen hierhin zu transportieren. Also im Moment ist es vor allem die Transportlogik, die das Spiel in die Länge zielt. Hoch! Es musste noch gar nicht alles gemacht werden. Okay. Das sage ich nicht nein.